... mit Bestätigung machen kann. Sehr gut, das war es jetzt von meiner Seite. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Ich freue mich auf diese Stunde mit Valerie Quare. Und ich sage einfach, ich übergib dir jetzt, oder? Danke, dass du Zeit hast und dass du das jetzt mit uns angehst. Danke, Dagmar. Und ich hoffe, du kannst auch noch als große Administratorin übernehmen, wenn noch Menschen in den Discord, sage ich schon, in den Zoom kommen. Genau, und wenn irgendwelche Probleme oder technische Fragen auftreten, könnt ihr die auch gerne in den Chat schreiben. Und da hilft euch die Dagmar dann gerne weiter. Genau. Ja, ich heiße Valerie. Ich komme eigentlich aus Deutschland, aus Essen, wohne aber seit vier Jahren in Graz, in Österreich, wo ich bei Ludovico arbeite. Das ist die Landesludothek der Steiermark. Das heißt, wir beschäftigen uns mit dem Spiel. Und unsere Aufgabe ist es, mit dem Team das Spiel zu den Menschen zu bringen in der Steiermark. Genau, und dort bin ich mit meinem Kollegen für das Digitale zuständig. Das heißt, wir machen Pädagogik auch mit Videospielen, machen Workshops zu dem Thema, gehen auch raus in, ja, hauptsächlich Schulen in die Steiermark und, ja, gehen dort mit dem Thema um. Außerdem beschäftige ich mich schon sehr lange mit Gaming, in dem Sinne, dass ich selber eine Gamerin bin und auch schon ganz lange spiele und schon immer eigentlich Kommunikationsplattformen nutze, die für den Großteil der Bevölkerung wahrscheinlich eher ungewöhnlich sind. Aber für Gamerinnen und Gamer sind sie einfach täglicher Bestandteil des Lebens. Und außerdem mache ich auch sehr viel Spieleentwicklung selber und auch medienpädagogische Dinge mit Spielen und Videospielen außerhalb von Ludovico, genau. Ich werde heute euch ein bisschen zeigen, was Discord ist, wer das nutzt und was man damit machen kann. Ich kann euch empfehlen, hier jetzt in der Folie seht ihr schon den Link, discord.com slash download. Da könnt ihr die App sozusagen, also das Programm Discord downloaden. Das ist sehr hilfreich im Vergleich jetzt zur Browser-Version. Da komme ich aber auch noch gleich zu. Und schon mal vorweg, ich habe jetzt sozusagen mit euch eine Stunde hier im Zoom, um euch Discord zu erklären und biete danach an, dass ich dann in dem erstellten Server auf Discord, den ihr dann auch erreichen könnt, verfügbar bin, dass wir dort noch etwas Praxis üben, wirklich hands-on, dass ihr es selber benutzt, dass wir schauen, wenn Probleme auftreten, dass wir die dann lösen können. Das heißt, ich bin jetzt nicht nur schnell die Stunde da und dann ist alles vorbei und ihr müsst selber klarkommen, sondern ich biete an, ich stehe dann zur Verfügung im Discord und kann euch dort auch noch weiterhelfen. und Dinge zeigen, die euch besonders interessieren. Genau, wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne in den Chat. Das sieht die Dagmar und die kann mir dann auch Bescheid sagen. Ich kann die leider nicht sehen. Aber wenn es wichtige Fragen gibt, können wir die dann sicher beantworten. Ansonsten würde ich euch bitten, denn, also ich gehe jetzt einfach mal so durch, sozusagen durch meine Folien und versuche ganz langsam einzuführen in sozusagen den Kern von Discord. und es kann ja gut sein, dass viele Fragen dann schon geklärt werden. Also schreibt euch gerne auf, wenn euch bestimmte Dinge interessieren, die ihr besonders wissen möchtet. Und falls ich sie doch nicht erwähnt habe, dann kann ich sie gerne hinterher erläutern. Genau, also Discord kurz und knapp. Ich habe jetzt mal ein Zitat rausgesucht, das ich sehr schön fand. Durch den Gamer-Fokus integriert die Software zudem eher unnötige Spielereien wie Memes, Emojis und andere Dinge. Das war ein Artikel auf golem.de. Das ist so eine Website, die sich mit Technik und Computertechnik und Spielen und so beschäftigt. Und da ging es um so, ja, Kommunikationsplattformen für Business. Und die fanden halt Discord in dem Sinne dann irgendwie blöd, weil es irgendwie so, ja, spielerische Dinge gibt, die aber gerade für Jugendliche genau den Reiz ausmachen. Also mit meiner Gilde, eine Gilde, das ist eine Gruppe von Leuten, die zusammen spielen, in Spielen und sich dort fest verabreden, um zusammen zu spielen, posten wir jeden Tag Memes, Emojis und andere Dinge. Und das ist das, was das ganze Herz der Sache ausmacht. Und dafür ist eben Discord perfekt. Zoom ist wirklich im Kontrast dazu eine schlichte Oberfläche, die ist für Business, wir wollen hier Geschäfte machen und kommunizieren. Und das ist alles so, das ist Zoom. Und Discord hat dann eben den spaßigen Faktor dabei. Genau, ich gehe heute darauf ein, was ist denn Discord? Was kann das? Wer nutzt es? Welche Daten werden abgefragt? Da gehe ich auch auf die DSGVO ein. Wie geht es? Da erkläre ich ganz kurz anhand von so einem Wohnungskonzept, was Discord denn macht. Wie kommt man überhaupt ins Discord oder auf einen Server? Welche Rollen gibt es da? Und dann gebe ich euch eine Folie mit weiterführenden Links, die tiefer in das Thema eingehen. Da könnt ihr ganz in Ruhe euch bestimmte Richtungen zu Discord, zum Beispiel DSGVO oder wie man einen Server selber einrichtet, nochmal Schritt für Schritt anschauen. Also was ist Discord? Discord ist eine Kommunikationsplattform und in dem Sinne sehr ähnlich zu Zoom. Das, was wir gerade machen, mache ich jeden Tag mit meinen Leuten, mit denen ich zusammen Computerspiele spiele. Es ist 2015 erschienen, also es ist noch gar nicht so alt, obwohl einem den ganzen Leuten, die das täglich nutzen, so vorkommt, als hätte es das schon immer gegeben irgendwie. Genau, die vornliche Zielgruppe und für die das auch entwickelt wurde, sind GamerInnen. Und die Kernfunktionen sind einzelne Server. Das kann man sich so vorstellen, ein bisschen wie eine Facebook-Gruppe. Auf jedem Server, der sozusagen so ist wie eine Facebook-Gruppe, treffen sich Menschen mit einem bestimmten gleichen Ziel. Entweder sind es Freunde, die ganz verschiedene Sachen zusammen spielen oder sich unterhalten. Oder es sind Menschen, die sich zu bestimmten Sachen austauschen. Oder es ist ein Verein, der die Vereinsaktivitäten darüber organisiert. Und jede dieser Gruppen hat dann einen eigenen Server. Es gibt keine Werbung und keine Kosten, wobei es eben Optionen gibt. Ich zum Beispiel zahle für Discord beruflich, weil unser Server von Ludovico, Schrägstrich dem Button-Festival, das ist das Digitale Spiele-Festival, was wir veranstalten. Und dieses Jahr haben wir es online veranstaltet, und zwar im Discord. Und weil wir eine bessere Audio-Qualität haben wollten und größere Dateien übertragen, haben wir uns das gekauft. Das ist aber wirklich nicht nötig im täglichen Gebrauch, wenn man das einfach nur, um zu kommunizieren, nutzt. Wir haben uns das sozusagen gegönnt, um eben dieses Upgrade zu haben, aber das ist absolut nicht nötig. Genau, man kann Discord im Browser nutzen, im Computer, oder in der App. Und in der App, das bedeutet sowohl im installierten Programm, auf dem Computer, Mac, auf Linux, es läuft auf allen Betriebssystemen, aber eben auch im Browser. Und da empfehlen wir tatsächlich Chrome, weil bei Mozilla oft irgendwas nicht funktioniert, das Bild oder der Ton. Das kann aber auch, je nachdem, welches Betriebssystem ihr benutzt, jeweils unterschiedlich sein, was da funktioniert oder nicht. Da haben wir aus Erfahrung so viele unterschiedliche Kombinationen, was da nicht geht, dass wir auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr das machen könnt, weil manchmal seid ihr ja nicht System-Admins. Das ist ja sehr oft in öffentlichen Institutionen. Dann könnt ihr es uns auch im Browser nutzen und auch in der App auf dem Smartphone oder Tablet. Genau, und da braucht ihr dann einfach einen Internetzugang. So, was kann Discord denn machen? Der Hauptbestandteil ist Community-Management. Denn man kann sich das so vorstellen, es verbindet so ein bisschen Facebook und Zoom. Also gleichzeitig können wir in Echtzeit miteinander kommunizieren dort, aber auch wie in einer Facebook-Gruppe in einer Art Beiträgen, in Foren uns austauschen. Also es ist sozusagen ein Forum für Wissens- oder was auch immer, Meme-Austausch mit lustigen Bildern aus dem Internet und aber auch direkter Kommunikation. Und das kann man sozusagen managen. Es gibt auch verschiedene Kanäle. Da können dann nur, wie man das beschreibt, der Vorstand rein und nicht alle. Genau, und dafür ist es eben super. Genau, jetzt kommt das, was ich vorhin schon angesprochen hatte. Es gibt nämlich auch da ein Limit. Zoom hat ja, glaube ich, ein Limit von 100 beziehungsweise dann 4000, je nachdem, welche Optionen man nutzt. Wenn man nur Audio benutzt, können in einem Channel bei Discord 100 Menschen sein. Wenn man den Bildschirm teilt, so wie ich das gerade in Zoom mache, das heißt, ich nutze nicht meine Kamera, sondern ich teile den Bildschirm, den ich vor mir sehe, dann können 50 Menschen gleichzeitig an einem Gespräch teilnehmen. Und wenn alle mit Video teilnehmen möchten, so wie wir jetzt in Zoom, also einige von euch das machen, dann können es 25 sein maximal. Das ist auch so ein bisschen der kleine Nachteil von Discord, in dem Sinne, dass man jetzt nicht sagt, das ist für große Videokonferenzen geeignet. Das ist es einfach nicht. Das funktioniert nicht. Mit geteiltem Bildschirm geht es, wie gesagt, für 50 Menschen. Das ist auch meistens ausreichend. Aber bei uns, wie ihr seht, wir sind jetzt 64, wäre es schon zu viel. Aber Discord ist ja eben meistens für kleinere Gruppen gedacht. Und kann ich euch auch schon mal verraten, die meisten Gamerinnen und Gamer nutzen eh 99,9 Prozent nur Audio. Also wenn ich täglich zocke, wir machen die Kamera nur an, wenn nachts um zwei, wir betrunken irgendwie lustig uns unsere Partyhüte zeigen oder so. Also da ist Audio wirklich der vornehmliche Zweck. Deswegen gleich an dem Punkt schließe ich nochmal an. Wenn ihr das nutzen möchtet, Discord, in der Jugendarbeit oder in der Schule, dann schafft euch unbedingt, es kann auch ein günstiges Headset sein, aber schafft euch ein Headset an. Wenn ihr das Ganze mit Kopfhörern bedient, wird die Audioqualität unendlich gesteigert. Es gibt nichts Störenderes, als wenn jemand über das Laptop teilnimmt irgendwie, weil auch jetzt im Zoom ist ja Wurst, und man die ganze Zeit eine Doppelung hört. Oder die Audioqualität ist so schlecht, dass man denkt, derjenige ist im U-Boot. Also es gibt wirklich, in Österreich sage ich einfach, geht zu Libro, kauft euch für 15 Euro ein Headset. Das könnt ihr wahrscheinlich sogar noch entweder von der Steuer absitzen oder vom Arbeitgeber bezahlen lassen. Aber schafft euch ein günstiges Headset an. Die sind auch mittlerweile alle Plug and Play. Das heißt, man steckt sie in den Computer und es funktioniert. Und das macht das Ganze sehr viel angenehmer für alle. Auch für euch. Genau. Man kann auch private Anrufe machen über Discord. Das ist dann so wie WhatsApp oder FaceTime. Das heißt, ich könnte, wenn ich jetzt befreundet bin mit der Dagbar, auf Discord, dann muss ich nicht auf einen bestimmten Server gehen, in eine bestimmte Gruppe rein. Ich kann einfach sie anrufen. Und bei Gamerinnen und Gamern ist das so, die sind meistens, wenn sie am PC, der PC geht an, Discord geht auch an. Das heißt, die sind da, wenn sie am PC sind, immer erreichbar. Man sieht dann auch, wenn man online ist. Man kann das einstellen, ob man das sehen möchte oder nicht. Aber wenn ich meinen PC anmache, habe ich das öffentlich gestellt, dass dann meine Freunde sehen, Valerie ist jetzt da. Ah, man kann die jetzt anrufen. Genau. Und es gibt eben Textchats und Foren. Man kann sowohl privat mit jemandem chatten, um, keine Ahnung, Sachen zu fragen. Kommst du heute in World of Warcraft zu unserem großen Raid und kannst du mitmachen? Nee, meine Familie braucht mich heute. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Aber man kann auch mit großen Gruppen in Chats schreiben. Man kann auch Dateien übertragen. Wenn ich jetzt, der Ausblick von meinem Balkon ist so schön und ich will das allen zeigen, dann mache ich ein Foto und schicke das über Discord. Und dann können das alle im Textchannel sehen und auch was dazu sagen. Man kann auch Dinge mit einem Emoji kommentieren. Das heißt, da kann man ein Herzensaugensmiley direkt drunter an das Bild posten. Dann weiß man, aha, die Dagmar fand das Bild richtig schön. Genau. Und was auch noch wichtig ist, allerdings wahrscheinlich nicht für euch, sind Bots. Man kann in einen Server einen Bot einladen, wenn man der Admin vom Server ist. Bots können ganz viele Sachen und ganz viele Gaming-Server nutzen die auch. Die meisten sind komplett harmlos. Es soll da Ausnahmen geben. Aber zum Beispiel haben wir beim Button-Festival einen Bot genutzt, mit dem man Pokémons in einem Textchannel fangen kann. Dann musste man Ausrufezeichen Pokémon und dann konnte man das versuchen zu fangen mit so Textbefehlen. Das ist ein bisschen wie Programmieren. Das Gleiche gilt für einen Bot. Da kann ich mir Musik auf meinen Server spielen lassen. Dann sage ich Plus und dann irgendwie einen YouTube-Link. Also je nachdem, auf was die reagieren. Das ist wirklich ein bisschen wie eine Programmiersprache. Der sagt einem in der privaten Nachricht dieser Bot, was er denn kann. Und dann sagt man Ausrufezeichen YouTube-Playlist. Und dann auf einmal kommt in den Channel ein Bot, eben ein automatisiertes kleines Pünktchen. Und er macht dann auf einmal Musik. Genau, das wird sehr häufig genutzt. Wir nutzen das auch ganz pragmatisch zur Raid-Anmeldung. Also wenn wir uns anmelden für das Raid, dann klicken wir einfach auf ein Button und das macht alles ein Bot für uns. Bots werden ganz viel genutzt. Und es gibt mittlerweile eine unendliche Vielfalt von Bots. Auch da haben wir beim Button-Festival geguckt. Einige, die wir installieren wollten, da stand dann, dieser Bot wurde gesperrt aufgrund von Glücksspielvorwürfen und so. Also da muss man ein bisschen drauf gucken. Die allermeisten sind harmlos. Aber schaut gerne, auch im Jugendzentrum mal drauf, was eure Kids damit so machen. Aber wie gesagt, da gibt es eben meistens eben Glücksspielsachen, aber ohne Geld. Also das ist halt nur intern, dass es halt um Gambling geht und das ist auf Discord eigentlich verboten. So, wer nutzt denn Discord? Also es gibt aktuell, das sind eben aktuelle Zahlen von Mitte 2020, 300 Millionen registrierte NutzerInnen. Man muss sich nämlich nicht registrieren. Ihr könnt nämlich das auch nutzen, einfach im Browser. Da müsst ihr lediglich irgendeinen beliebigen Nutzernamen wählen. Völlig Wurst. Und ihr müsst euer Alter angeben, aber deswegen, weil Discord halt sagt, unter 13 geht es nicht. Und dann seid ihr direkt drin. Ihr braucht kein Passwort. Allerdings könnt ihr dann mit diesem Account nur dann zu der Zeit kurz rein und dann nicht mehr. Also dann braucht ihr jedes Mal neu, müsst ihr einen neuen Benutzernamen oder auch den alten eingeben, euer Alter und dann seid ihr drin. Das geht aber nur im Browser. In der App braucht ihr einen Account. Genau. Genau, und dann habe ich nochmal ein Citrat rausgesucht vom Spiegel.de, wofür denn Discord gedacht war. Es ist für Gamerinnen und Gamer, die genug hatten von der manchmal unzuverlässigen Technik von Microsoft Skype und dem biederen Teamspeak. Denn es gab auch schon ein Leben vor, Discord, das war Teamspeak. Das ist vor allen Dingen jetzt auch immer noch beliebt bei Gamerinnen und Gamern über, sagen wir, 35. Und ich spiele auch Spiele, die hauptsächlich von älteren Zielgruppen gespielt werden und da ist Teamspeak immer noch verbreitet. Es ist allerdings eben so ein bisschen outdated und Discord ist da frischer. Ja, und Skype, auch aus meiner Meinung, ist irgendwie total verbuggt. Man findet irgendwie die Kontakte, die man hatte, nicht irgendwie, finde ich, sehr unübersichtlich. Und da ist eben Discord eingesprochen, gesagt, das ist doch alles nix. Wir machen das jetzt neu und wir machen das jetzt cool. Und dafür war es ursprünglich gedacht. Mittlerweile sind aber 30 Prozent nicht Gaming-Nutzung, sage ich jetzt mal. Und da habe ich auch viele Freunde gefragt, auf welchen Discord-Servern seid ihr denn? Und es gibt ganz viele Vereine, die das komplette Vereinsgeschehen über Discord managen. Wir haben Festivals veranstaltet über Discord. Unsere Arbeitsorganisation in verschiedenen Workgruppen wird auch darüber organisiert. Lokale Communities, zum Beispiel GameDev Graz, also die Game-Entwicklung, also Spieleentwickler-Szene in Graz ist connected über Discord. Ich glaube, da kann die, sag mal, einmal muten. Ich mache das selbst, perfekt. Genau, Interviews. Ich arbeite beim Radio und ich mache ganz viele Interviews mit Leuten über Discord und zeichne das dann auf über ein externes Programm. Und das wird dann meine Radiosendung. Rollenspiele, es werden auch, wenn euch das was sagt, also Live-Action-Rollplay gibt es mittlerweile ganz viel über Discord. Und eben, als letztes habe ich geschrieben, Austausch zwischen Menschen über Themen. Es gibt Channels von Freunden, die sind da drin, da teilen sie ihr Essen, also Fotos von Essen, wie sie das gekocht haben. Und da gibt es Channels für scharfes Essen, Nachspeise, Salat. Und das ist dann hauptsächlich auch von Leuten, die eigentlich Kochmuffel sind und nicht sich aufraffen können und darüber tauschen sie sich aus. Oder wie koche ich denn besten Kaffee? Es gibt für alles einen Server, es sind wirklich ziemlich ähnlich wie Facebook-Gruppen. Und jetzt habe ich die dann gefragt, warum nutzt ihr dann nicht Facebook-Gruppen? Die gibt es doch auch, da tauscht man sich aus über Babykleidung oder was weiß ich alles, was man machen kann. Kinderkrankheiten oder Hunde-Halsbänder. Und in dem Sinne, es gibt auf Discord eben nicht dieses Facebookige, dass die ganze Zeit Werbung eingeblendet wird. Man wird die ganze Zeit abgelenkt, auch durch neue Vorschläge. Und es werden einem ständig Seiten vorgeschlagen. Und die Mama liest mit und kommentiert alles, was man so liked und macht. Und du denkst dir so, boah, das ist aber eigentlich so gar nicht mein Ding. Und das schließt eben Discord aus. Es gibt keine Werbung, es gibt keine genutzten Daten. Also wenn ich mich im Wohnzimmer unterhalte über Babykleidung, kriege ich danach nicht die Werbung angezeigt. Genau, und es ist super schnell nutzbar. Also wir können uns gleich einen neuen Server erstellen und da brauche ich genau 30 Sekunden für. Dann habe ich einen Server, kann euch drauf einladen und wir können sofort starten. Und das ist halt der große Vorteil. Welche Daten werden abgefragt? Das ist jetzt erstmal gar nicht DSGVO, sondern überhaupt wirklich, was müsst ihr eingeben? Ihr müsst, egal ob ihr es im Browser nutzt, ohne Account oder nicht, euer Alter angeben, weil Discord ist in den AGBs ab 13 Jahren. Also wenn man das Alter von 13 Jahren erreicht hat, darf man es nutzen, theoretisch, praktisch. Hat Discord auch schon gesagt, sie können es natürlich nicht überprüfen. Aber wenn jemand angibt, dass er über 13 ist, ist er für sie sozusagen raus. Ihr müsst eure, wenn ihr einen Account macht und natürlich eure E-Mail, irgendeine Form von E-Mail-Adresse angeben und euch dann einen Nutzernamen aussuchen. Aber ein voller Name ist eigentlich nicht nötig. Genau, und im Browser eben nur das Alter, nichts anderes. So, wie geht's? Jetzt mache ich eine Kurzeinführung und danach gehe ich nochmal ein bisschen auf die Einzelteile ein. Und zwar habe ich mir eine Wohnung überlegt. So, das ist jetzt Discord. Ja, es ist ein Haus, es ist ein graues Haus und das ist das ganze Discord-Ding. Und da drin sind jetzt verschiedene Wohnungen. Wir haben jetzt vier Wohnungen hier im Discord, die haben verschiedene Farben. Und diese Wohnungen heißen Server. Und wir machen jetzt den Server niedliche Tiere. Das heißt, wir nehmen uns jetzt mal den pinken Server hier raus. Den wollen wir jetzt erstellen. Und der heißt, da geht es um niedliche Tiere. Und da zoomen wir jetzt mal rein. So, das ist jetzt unser Server niedliche Tiere. Und da gibt es zwei Textkanäle, in denen wir uns schreiben können. Und in dem einen Textkanal geht es um Pandas. Da können alle Leute rein, die Lust haben auf Pandas. Und wir schreiben, Pandas sind so niedlich und die sind aber auch ein bisschen tollpatschig und fallen überall runter. Und im anderen Textkanal geht es um Faultiere. Da schreiben Leute die ganze Zeit, Faultiere sind aber eigentlich gar nicht so hübsch. Warum sind die überhaupt hier auf dem Server niedliche Tiere? Das ist ja totaler Quatsch. Dann im Sprachkanal, der heißt Murmeltiere. Da reden die Leute den ganzen Tag über Murmeltiere. Und können sich dann austauschen. Aber ich habe Murmeltiere auch schon in Südamerika gesehen. Na, das sind gar keine Murmeltiere. Die heißen anders. Keine Ahnung. Und im Sprachkanal Eichhörnchen. Da unterhält man sich über Eichhörnchen. Ja, wir haben im Kameliterhof hinten drin. Da haben wir immer eins auf dem Baum. Das lebt da. Super. Ja, hast du letzte Woche ein Video gemacht. Super. So. Diese Einzelteile heißen Kanäle. Das heißt, das Ganze ist ein Server. Auf dem tauschen wir uns über niedliche Tiere aus. Und in den einzelnen Kanälen kann es eben, wenn man möchte, um einzelne Dinge gehen. Und ich kann jetzt auch sagen, so, ich bin jetzt hier der Admin. Ich habe total die Macht. Und ich möchte, dass die Dagmar, die kann jetzt hier in die Murmeltiere reinhören. Ja, aber die Ursula, auch vom Logo, die kann nicht da reinhören. Ja, die darf nur über Eichhörnchen sprechen. Also ich darf mir aussuchen, wer was sehen oder hören oder sprechen darf. Als Admin. Oder als jemand, der diese Rolle hat. Ich kann auch sagen, ich möchte aber alleine in den Textkanal Faultiere. Niemand anders darf da rein. Dann kann nur ich dort schreiben. Niemand anders kann das lesen. Und ihr alle dürft nur euch über Pandas austauschen. Genau. So, wie kommt man rein in das Discord überhaupt? Also der Schlüssel zu einem Server, egal welcher, ist ein Link. Immer. Also ihr habt da, das heißt jetzt zum Beispiel, der Link von unserem Ludovico-Discord. Über den veranstalten wir gerade den Spielemonat. Also den Spielemonat. Das ist der Satz zum Festival der Spiele. Und da finden ganz viele Veranstaltungen statt. Das ist immer discord.gg und dann Slash. Und dann immer so eine komische Reihe aus Buchstaben und Zahlen. Immer gleich. Und jetzt ist da ein großes Ding, dass oft Leute, die das das erste Mal nutzen, daran scheitern. Dieser Link hat verschiedene Gültigkeiten. Die Standard-Gültigkeit ist nämlich nur eine Stunde. Und wenn man diesen Link denkt, ich share den jetzt mit allen, dann ist er nach zwei Stunden schon nicht mehr gültig. Und die Leute klicken drauf und nichts passiert und sind irgendwie verwirrt. Genau, das muss man am Anfang einstellen, wie lange dieser Link gelten soll. Und das geht sowohl für eine Stunde, einen Tag, eine Woche und so weiter, als auch für, wie oft er genutzt werden darf. Theoretisch könnte man damit irgendwie Gewinnspiele veranstalten. Die ersten zehn Leute, weil man sagt, dieser Link geht zehnmal, kommen dann auf den Server und haben was gewonnen oder so. Also das könnte man so nutzen. Das heißt, es gibt immer einen Link und dann kommt man auf den Server. So, es gibt eben verschiedene Rollen. Die sind eben frei erstellt und zuweisbar. Zum Beispiel auf dem Ludovico-Server sind alle Leute in, wir haben jetzt so eine gelbe Schrift, haben die dann alle. Und die nennen sich Ludos. Und alle Ludos können auf dem Discord-Server von Ludovico weiterhelfen, wenn es Fragen gibt. Das heißt, die Leute wissen, wer gelb ist, ist von Ludovico und der kann mir helfen. Diese Leute haben auch eben Admin-Rechte, können ein bisschen mehr als alle anderen. Hauptsächlich geht es darum, Channel umzubenennen oder neue Channel zu schaffen, wenn wir doch mehr Leute, mehr Gruppen sind und mehr Channel brauchen, um zu reden. Genau. Und dann gibt es zum Beispiel noch die Speaker. Das sind Leute von, also Externe, die sprechen wollen. Die haben auch mehr Rechte, damit sie, wie zum Beispiel beim Button-Festival, brauchte der Entwickler vom Festival-Tycoon, das war ein Spiel, der brauchte einen Bot und für sein, was er machen wollte im Discord. Und dann braucht er auch Rechte, um diesen Bot auf den Server zu holen. Und alle anderen sind zum Beispiel Gäste. Und auch das kann man über einen Bot einstellen lassen. Die Großteil der großen Server, also mit ungefähr 1000 Menschen drauf oder mehr, haben Bots drauf, die das Community, das Ganze managen. Denn wenn man den Link öffentlich teilt, bei uns ist der zum Beispiel auf der Website, ist ein statischer Discord-Link, da kann man immer draufklicken, kann das natürlich auch von Trollen oder ja eben jetzt so den klassischen Bots, die man so kennt, genutzt werden, um Spam zu verbreiten, pornografische Inhalte, all sowas. Und das regeln dann die Bots auf dem Discord-Server, sagen so, wow, das ist irgendwie komisch, den lasse ich nicht rein. Und da ist es ganz oft so, dass man in einem bestimmten Channel zum Beispiel ein Emoji posten muss, damit der Server erkennt, dass man ein echter Mensch ist. Dann bekommt man eine Rolle und kann alles auf einmal sehen. Also wird das ganz oft gehandhabt. So, wie geht's? Dann würde ich gleich bei euch in Discord starten und fragen, ob es Fragen gibt. Ich habe jetzt tatsächlich DSGVO so nicht erwähnt, aber ich gehe jetzt einfach mal zur letzten Folie. Da geht es nämlich darum, es gibt eine supergute Bildergalerie auf der Seite vom Spiegel über die Einrichtung eines Servers. Dann gibt es auf chip.de zu DSGVO, da geht es eher so um Datenschutz in der Firma. Also wenn man jetzt wichtige Daten irgendwie austauscht, und da geht es eben darum, dass theoretisch Discord mitliest. Discord-Server liegen in verschiedenen Ländern. Der Hauptsitz ist in den USA. Es gibt auch Server in Deutschland, aber es hat eben da nichts zu sagen. Das heißt, dadurch, dass der Hauptsitz in den USA liegt, es eben so ist, dass Discord tatsächlich theoretisch alles mitliest. Und sie schließen auch nicht aus, dass diese Daten von ihnen benutzt werden und sozusagen verkauft werden. Das heißt, man ist nicht 100 Prozent Open Source sicher, dass das alles verschlüsselt ist. Es gibt keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung über WhatsApp, was aber aufgrund der Einfachheit eben die meisten nicht davon abhält, sie das zu nutzen, auch mich nicht. Es ist so ein bisschen wie bei den Angeboten und Sachen von Google. Es ist halt total praktisch, sie zu nutzen. Da muss man sich selber überlegen, ob man das der Datenkarte geben möchte oder nicht. Dann gibt es vom Spiele-Ratgeber NRW einen super guten Guide. Da geht es auch nochmal um Discord in der Kinder- und Jugendarbeit. Da geht es hauptsächlich um, wichtig in Deutschland, den Jugendschutz. Und dazu kann ich kurz das erklären. Es ist in Österreich im Glück, im Unglück sehr viel einfacher, damit umzugehen als in Deutschland. In Deutschland habe ich mit sehr erfahrenen Leuten gesprochen, die das nutzen. Und die müssen theoretisch bei unter 16-Jährigen jedes Mal, bevor sie überhaupt mit ihnen in Discord in Kontakt treten, die Einverständniserklärung der Eltern abholen. Was natürlich schwierig ist, bevor man mit den Kindern dann über Discord in Kontakt tritt. Da gibt es allerdings auch wieder glücklicherweise keine vereinheitliche Form. Das heißt, sogar im Gesetz steht, es kann eine SMS sein, es kann eine E-Mail sein, dass die Eltern sagen, ich erlaube, dass mein Kind teilnimmt. Leider ist es ja so, dass ganz oft Kids an sowas teilnehmen möchten, die aus möglicherweise prekären Verhältnissen zu Hause kommen, ins Jugendzentrum oder eben auch dann eben online ins Discord. und vielleicht jetzt nicht ihre Eltern fragen möchten, ob sie ins Discord dürfen. Das heißt, da ist man leider als Jugendarbeiter entweder sagt, ist mir jetzt egal, ich mache das trotzdem, weil mich wird sowieso niemand irgendwie verklagen dafür. Auf der anderen Seite ist das nicht rechtskonform eigentlich und sicher. In Österreich habe ich mit dem Hauptbeauftragten für Digitales vom Land Steiermark gesprochen. Der hat gesagt, und das kommt auch wieder aufs Bundesland an, weil gerade der Jugendschutz ist ja von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt in Österreich, ist es, er sagt, das Gesetz ist so, wir, dadurch, dass es gibt weder ein Verbot noch eine Erlaubnis, einfach machen, war die Aussage von ihm. Deswegen haben wir uns beim Button-Festival auch entschieden, nachdem ich lange hin und her überlegt habe, machen wir, das wir sagen, ab 16 machen, weil es ist ja theoretisch ab 13 erlaubt, aber eigentlich eben nur mit Einverständnis und dann haben wir gesagt, komm, es wird eh so viel genutzt und es gibt keine klare Rechtsaussage, dass es nicht geht, dass wir es zugelassen haben. Aber da würde ich auch nochmal, wenn ihr sicher gehen wollt, holt euch einfach die Einverständnis der Erklärung der Eltern, dann ist es ganz safe. DSGVO-konform ist es übrigens nicht. Also dadurch, dass verschiedene Sachen abgefragt werden, ist es halt und nicht verschlüsselt wird, nicht konform, kommt dann auf die Rechtslage im einzelnen Land an. Also in Deutschland ganz klar ohne Einverständnis ist Erklärung der Eltern unter 16 nicht erlaubt, aber eben manchmal einfach nicht realitätsnah dann umsetzbar. Und in Österreich gibt es keine klare Rechtslage, zumindest in der Steiermark nicht, da muss ich zugeben, da weiß ich jetzt nicht, wie es in anderen Bundesländern ist. Bei uns ist das so ein bisschen schwammig. Genau, da gibt es auch nochmal speziell zu Discord und DSGVO, auch wieder in Deutschland, für Kinder von der Jugendmedienkultur NRW, wie nennt das, ist eine Handreichung. Die ist auch noch, sich da mal intensiv befasst, da könnt ihr auch nochmal reinschauen. Genau. Valerie, eine Frage gibt es, könntest du die Links in den Chat reinkopieren? Nein, weil ich gebe euch die ganze Präsentation und den Link schicke ich gleich in den Chat und dann könnt ihr dort alles in Ruhe nachschauen. Danke sehr. Gut, ich probiere jetzt mal zu wechseln, wenn ich das dann schaffe, Sekunde. Ihr könnt so lange euch noch Fragen überlegen, wenn ihr welche habt. Es ist schon wieder eine Frage. Und zwar Christel, sie hat eine Frage, bei uns hat es seit letztens nichts funktioniert, dass sich Jugendliche ohne Registrierung einloggen, obwohl wir den Browser genutzt haben. Woran könnte das liegen? Hat sich da etwas geändert? Mit einloggen? Einloggen würde ja bedeuten, man lockt sich in einen Account ein. Dann geht das natürlich nicht ohne einen Account. Im Browser, das einfach so zu nutzen, sollte eigentlich gehen. Da wüsste ich nicht einen Grund, warum das nicht gehen sollte. Zum Server hinzuschalten, meinte sie. Würde ich jetzt tippen auf einen abgelaufenen Link oder so, aber normalerweise sollte es immer gehen. Ich melde mich einfach mal, um es zu erklären. Ich habe es nämlich gerade selbst auch noch mal probiert. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe mich nämlich gerade im Browser aus allem ausgeloggt, über die App einen Link erstellt, mir dann selbst zugeschickt und habe dann versucht, im Browser einzutreten. Und ich komme nur auf ein Fenster, dass ich mich anmelden oder registrieren muss. Aber da gibt es keine Option, ohne Registrierung fortfahren oder sonst irgendwas, wo es möglich wäre. Und das war halt dann schade, weil zwei Jugendliche nicht teilnehmen können, weil das nicht funktioniert hat und die Registrierung sowieso auch nicht geklappt hat, warum auch immer. Aber die gibt es auch nicht mehr da. Da würde ich auf dem Browser tippen. Ein anderer Browser benutzen. Es sollte eigentlich immer gehen. Oder gegebenenfalls alle Cookies löschen, weil dann erkennt der, dass du schon mal eingeloggt warst. Oh, du hast ja einen Account. Das haben wir auch probiert. Weiß man da, bei welchen Browsern das dann funktioniert? Also mit Chrome. Ich habe jetzt gerade Chrome probiert. Da war es nicht möglich, das irgendwie zu umgehen. Alles klar. Also ich würde das hinten anstellen, wenn du noch Zeit hast, dass wir auf das spezielle Problem auf jeden Fall eingehen. Ansonsten würde ich jetzt kurz die Grundfunktion zeigen und dann schauen wir, ob wir dein Problem lösen können. Super, danke schön. Valeride André hätte noch eine Frage bezüglich DSGVO-Konformität. Betrifft das Sie jetzt als Jugendzentrum oder sind da die Jugendlichen für sich selbst verantwortlich, war die Frage? Theoretisch betrifft es das Jugendzentrum. Die Jugendlichen sind in dem Sinne für sich selbst verantwortlich, wenn sie lügen mit ihrem Alter oder so, da seid ihr raus. Das ist ja generell immer so. Da sind theoretisch die Eltern dran. Praktisch unter 16, also zwischen 13 und 16 ist die Rechtslange wirklich schwammig. Ab 16 ist es erlaubt. Unter 13 ist es nicht erlaubt. Ganz offen. Außer natürlich die Eltern geben ein Verständnis und sind dabei. Dann ist es genau wie, wenn das Kind Videospiele spielt für ein anderes Alter. Da gibt es nicht, dass es verboten ist, sondern wenn die Eltern dabei sind und sozusagen den Medienkonsum einsehen, geht es. Also theoretisch ist das Jugendzentrum in der Verantwortung bei der Altersgruppe. Genau. Danke. Genau. Also ihr seht jetzt mein persönliches Discord. Und direkt ganz oben seht ihr schon mal den Streamer-Modus. Das heißt, Discord von alleine denkt, ich teile mein Bildschirm. Das ist ja auch so. Und ihr könnt bestimmte Dinge nicht sehen. Zum Beispiel mein Tag, der ist jetzt verdeckt. Also ein paar Sachen könnt ihr einfach nicht sehen. Ich kann das aber ein bisschen kleiner machen, weil ich sehe, es fehlen einige Sachen. Da unten zum Beispiel, das bin ich. Ich bin die Schuhu. Und da ist jetzt gerade mein Tag verdeckt. Aber ich will euch das ja zeigen. Und es gibt jetzt auch nicht so direkt wichtige Daten von meinen Freunden, die ihr nicht sehen dürft. Das heißt, ich deaktiviere den Streamer-Modus. Und jetzt seht ihr mehr Dinge. Zum Beispiel seht ihr jetzt meinen Discord-Tag. Das ist sozusagen mein Name in Discord, über den ihr mich finden könnt. Und alle meine Freunde haben das auch. So, ich sehe gerade, das sind alle Freunde, die online sind von mir. Ich habe gar nicht so viele Freunde, weil das auf Discord gar nicht nötig ist für die ganzen Sachen. Wenn ich jetzt auf alle gehe, sind es doch ein paar mehr. Das sind eben alle Leute, mit denen ich mich mal verbunden habe. Hier links, das sind, also das ist jetzt mein Haus. Und hier links sind meine Wohnungen. Alle Wohnungen, zu denen ich Schlüssel habe. Alle diese Wohnungen kann ich besuchen. Wir können zum Beispiel, es ist ein sehr komplexer Server, aber wir gucken uns den mal an. Das ist der Server von GameDev Graz. Der hat da oben seinen Namen, GameDev Graz. Und dann kann ich hier sehen, zum Beispiel, das ist für mich wichtig. Ich weiß jetzt nicht, warum der das da immer so doof einblendet. Das ist, glaube ich, ein Bug. Zum Beispiel Organisation Button Festival. So, hey Leute, wir brauchen noch Infos für euch. Da schreiben wir ganz viel, um das Button Festival zu organisieren. Wir können auch die Analog Game Jam organisieren. Da sind dann ganz viele Dinge hier. Ich habe das Poster schon mal erstellt. Schaut euch das mal an. Passt alles oder sollte ich noch was ändern? Sondern dadurch, da organisieren wir sozusagen GameDev Graz in Graz. Es gibt eben auch Voice Hangout Channels. Da könnte ich jetzt, wenn ich mit Links klicke, einmal draufklicke, bin ich da drin. Alleine bis dahin. Aber dann könnte jemand dazukommen und mit mir quatschen. Das heißt, es ist auch wie so ein, ja, im Jugendzentrum irgendwie der Chillout-Bereich. Da sitze ich dann und warte, dass noch jemand anders kommt. Und mit dem unterhalte ich mich dann. Wir können ja mal gerade auf meinen Discord-Server von meiner Gilde schauen. Da ist jetzt gerade auch niemand da. Aber da, das ist zum Beispiel der Allgemein-Channel, da posten wir ganz viele verschiedene Sachen, um die es geht, auch im Spiel. Es gibt aber zum Beispiel den Raid-Anmeldungs-Channel. Da habe ich ja schon erklärt, da ist dieser Bot. Das ist jetzt ein Bot. Da steht ja auch verifizierter Bot. Das ist der Raid-Helper. Und das bin ich hier. Da kann ich mich anmelden oder abmelden zu meinem Raid. Da muss ich einfach nur draufklicken. Dann macht er alles von alleine. Genau. Weil er dir eine Frage gibt, könntest du ein bisschen reinzoomen? Es ist so winzig. Ah ja, das wollte ich eigentlich machen, habe ich vergessen. Ich habe es ganz winzig, weil ich gute Augen habe mit Brille und dann das alles sehen kann. Aber ich kann das total verstehen. Irgendwo kann ich das, da ist es, in meine Einstellungen. Da gehe ich gleich auch noch hin. Die Zoom-Stufe mache ich mal wieder auf 100 Prozent. Ich war jetzt auf 67 Prozent oder machen wir 110? Super. Jetzt ist besser. Ja, jetzt erkennen wir das auch. Sehr gut. Okay, Entschuldigung. Also, hier ist der GameDevGrats-Channel. Nochmal, also links sind eben alle meine Wohnungen mit den Schlüsseln, die ich habe. Hier ist unser Ludovico-Server für unser Festival. Da kann man schon sehen, diese Menschen sind gerade entweder am Computer, der an ist, also bei denen ich sehe, dass Sebastian seinen Computer an hat, Johann hat seinen Computer an, meine Kollegin Alex ist am Handy, da sieht man das Handy-Symbol und ich bin auch da. Und die Leute sind alle offline, die haben also sozusagen ihren Computer nicht an oder nicht erlaubt, dass man das sehen kann. Und das ist zum Beispiel hier unser Regeln-Channel. Da haben wir Regeln festgelegt, die dann auch gelten verbindlich und es ist im Willkommens-Channel steht auch, wenn ihr auf diesen Server kommt, müsst ihr die Regeln lesen und wenn ihr hier drauf bleibt, akzeptiert ihr die Regeln automatisch. Genau, und da steht dann drauf, die Ausrede habe ich nicht gewusst, schützt nicht vor der Bestrafung vom Regelbuch und so weiter. Also, das kann man machen, wenn man eben sicher sein möchte. Da steht auch was zur DSGVO und so weiter. Genau, und da gibt es auch Sprach- und Text-Channel. Das können wir uns jetzt mal anschauen. Am besten, ja, wobei, das passt ja eigentlich ganz gut. Also hier bei dem Channel Spiele-Ausgabe, da steht noch nichts. Das ist eben ein Text-Channel, da kann ich jetzt schreiben, hallo. Und jetzt habe ich da geschrieben, hallo. Und ich könnte jetzt hier reingehen, ich weiß gar nicht, was passiert. Passiert wahrscheinlich einfach gar nichts. Man sieht, ich rede, weil der erkennt mein Mikrofon und immer wenn es grün leuchtet, rede ich. Ich rede jetzt mit mir selber, weil niemand anders da ist. Aber theoretisch könnten da Leute jetzt kommen und mit mir spielen auf diesem Server. Alle, die den Schlüssel haben. Und das sind diese 47, die offline sind, plus das Team, plus einige, die online sind. Genau. Die haben alle schon mal einen Schlüssel bekommen und können alle auf diesen Channel, auf diesen Server gehen, den Server Ludovico und dabei sein. Und wenn ich jetzt das wieder verlassen möchte, dann klicke ich auf dieses Verbindungstrennen. Dann bin ich wieder raus und dann ist alles wieder gut. So, das sind Server und einzelne Channel. Da oben, wir haben das so ein bisschen geordnet, Textkanäle hier oben, die so organisatorisch sind, Termine oder gebt uns Feedback, bitte. Und da unten sind die, die dann wirklich beim Festival selbst sind. Das heißt, wenn ich jetzt hier in dem Channel bin und ich spiele jetzt ein Spiel mit fünf anderen Leuten und ich habe jetzt zu dem Spiel eine Frage, dann tue ich die in den Channel, der direkt oben drüber ist. Da sage ich dann, wie mache ich nochmal den Würfelroll in Tabletopia? Dann kann ich dort zum Beispiel die Frage stellen. Jetzt gehe ich wieder raus. Und jetzt zeige ich euch mal die Einstellungen. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Die werdet ihr oft brauchen. Die nutzen wir auch fast täglich. Also zunächst mal gibt es da unten dieses Rädchen für Benutzereinstellungen. Da kann ich draufklicken, sehe dann mich selber. Das ist mein Account. Ich könnte dann auch den Namen ändern, wenn ich das möchte oder die E-Mail und so weiter. Diese ganzen Sachen sind für euch praktisch unwichtig. Die braucht ihr eigentlich nie. Was ihr oft braucht, ist der Reiter Sprache und Video. Der ist ganz wichtig. Bei der App-Einstellung Sprache und Video könnt ihr draufklicken. Und da kann ich auswählen, mein Eingabe- und mein Ausgabegerät. Eingabe, könnt ihr euch vielleicht schon denken, ist mein Mikrofon. Und mein Ausgabegerät ist mein Kopfhörer in dem Sinne. Ich könnte auch Boxen am PC nehmen, ist ja egal. Und in dem Sinne klicke ich mal da drauf und dann sehe ich alles, was ich zur Verfügung habe. Bei euch ist das wohlmöglich auch nur ein Gerät, weil ihr vielleicht nur ein Mikrofon habt von eurem Laptop zum Beispiel oder eurem Headset. Aber bei mir hat zum Beispiel meine Webcam ein Mikrofon, das könnte ich nutzen. Das hier ist das Mikrofon, mit dem ich gerade mit euch spreche. Das nutze ich aber im Discord fast nie. Und ich könnte auch das hier nutzen. Das ist von meinem Headset, das ich gerade trage, das Mikrofon. Kann ich mir ausrufen. Und das nutze ich eben, wenn ich game immer. Genauso kann ich mir aussuchen, welches Ausgaberät ich haben möchte. Da habe ich auch ganz viele, weil ich ja mit Audio ganz viel mache. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da nutze ich, wenn ich spiele, auch immer mein Headset, das ich jetzt auch trage. Ich könnte aber auch zum Beispiel meine Boxen benutzen. Und das hier sind die Outputs an meinem Computer. Die brauche ich nicht. Wenn das bei euch mal nicht funktionieren sollte, empfehle ich, einfach mal alles durchzugehen. Im Sinne, bis ihr was hört. Und irgendwann hört ihr was und dann hat es die richtigen Kopfhörer erkannt. Ich kann auch die Eingabelautstärke ändern. Wenn die anderen sagen, boah, Valerie, du bist heute so leise, dann kann ich die höher stellen. Wenn die aber sagen, boah, irgendwie bist du insgesamt so laut, das ist total unangenehm, dann kann ich mich auch runterstellen. Das gleiche gibt für die Auslagelautstärke. Da kann ich sozusagen direkt dieses Gerät lauter oder leiser machen. Das ist aber das gleiche, wie wenn ihr an eurem Computer, unten rechts ist das ja meistens den Lautstärkeregler vom Computer lauter oder leiser stellt. Man kann das auch testen. Da klickt man da drauf. Ich weiß auch wieder nicht, was da passiert. Ich glaube, da passiert gar nichts, weil mein Mikrofon ist gerade eingeklappt. Das ist hier so ein cooles Teil. Das heißt, das funktioniert gerade gar nicht. Und wenn ich jetzt versuche, das hier zu testen, dann kommt da einfach nichts. Oh, da kommt doch was. Ja gut, dann erkennt er wahrscheinlich auch Mikrofone, die ich gerade nicht nutze, als Mikrofone an. Genau. Ich kann auswählen, dass ich die Sprachaktivierung nutze. Das nutze ich in Discord, also nutze 99 Prozent aller Leute. Das heißt, wie ihr schon seht, es leuchtet hier unten. Immer wenn ich spreche, erkennt er, ich rede. Wenn ich nicht rede, ist es grau. Genau. Und dann erkennt er automatisch, wenn ich rede und macht das Mikrofon auf. Man kann alternativ auch Push-to-Talk nutzen. Das heißt, man muss eine Taste, die man vorher festlegt, drücken, um dann zu sprechen. Das hat auch seine Vor- und Nachteile, das zu nutzen. Wenn ich da draufklicke, ich habe zum Beispiel Numpad. Also das ist da oben rechts, da bei euren Ziffern bei der Tastatur, diese Taste. Wenn ich die drücke, dann kann man mich hören, wenn ich Push-to-Talk ausgewählt habe. Ich möchte aber die Sprachaktivierung nutzen und auch hier kann ich wählen, dass ich automatisch mein Mikrofon einstellen möchte von der Sensitivität. Also der soll automatisch erkennen, dass nicht alle meine Tastatur hören, wenn ich tippe, sondern nur, wenn ich spreche. Und das erkennt er automatisch. Wenn jetzt draußen ein superlautes Motorrad vorbeifährt und es laut genug ist, dass das Mikrofon das erkennt, dann geht es trotzdem, hören die anderen das trotzdem, aber es ist eben nicht so oft. Man kann das auch ausstellen und dann kann ich diesen Schieberegler selber verschieben. Wenn ich zum Beispiel weiß, die Leute hören ständig meine Tastatur trotzdem, weil das funktioniert irgendwie nicht, dann kann ich den Schieberegler weiter nach rechts stellen. Dann muss ich lauter reden und dann kommt es immer noch an. Und man kann auch hier sehen, den Input, der reinkommt, der ist jetzt ungefähr so laut. Das heißt, ihr müsstet mich eigentlich, wenn ich jetzt im Discord wäre, immer noch hören können. So, jetzt mache ich das aber wieder auf normal. Hier unten könnt ihr auch noch die Webcam auswählen. Das Testvideo wird jetzt nicht funktionieren, weil ich meine Webcam schon anderweitig benutze. Dann sagt er, geht nicht. Weil man kann ja die Webcam immer nur in einem Programm benutzen. Das ist überhaupt so wild. Ich habe auch noch andere Kameras, die möglich wären. Das wäre jetzt über OBS Studio und so weiter. Genau, und den Rest braucht ihr auch wieder nicht. Das ist alles für euch irrelevant. Dieser obere Teil ist unglaublich wichtig, weil da oft irgendwas nicht funktioniert. Genau, wie ihr schon gesehen hattet, ich hatte unter, bei was hatte ich das denn gerade eingestellt? Erscheinungsbild. Könnt ihr einstellen, ob das Ganze hell sein soll oder dunkel. Ich habe mich für dunkel entschieden. Einmal, weil es im Dunkeln abends schöner ist und außerdem natürlich Energie spart, weil der Bildschirm nicht die ganze Zeit hell sein soll. Wenn es aber für euch einfacher zu erkennen ist, könnt ihr das auch einstellen. Hier gibt es dann noch, wie das aussieht. Für mich ist es besser, das kompakt zu haben, damit ich direkt Nachrichten sehe. Aber so ist es halt ein bisschen augenfreundlicher. Dann sind dann die Nachrichten je nach Tag zusammengefasst. Und hier könnt ihr eben noch die Textgröße und so einverstellen. Also das wird dann wirklich größer. Und ich hatte das, wie gesagt, auf ungefähr 60% Zoom-Stufe. Das reicht mir völlig aus. Damit ich mehr Überblick habe über alles, dann sehe ich natürlich viel mehr Infos auf einem Bildschirm. Aber wenn ihr das größer haben möchtet, dann könnt ihr den Zoom größer stellen. Genau, das ist eben auch nochmal eventuell wichtig. Das ist unter Erscheinungsbild. Genau, wenn ihr wieder aus dem Menü raus möchtet, könnt ihr entweder Escape drücken oder auf den Button hier oben. Dann kommt ihr immer wieder zurück. Wir können jetzt mal schnell unseren Server niedliche Tiere erstellen gemeinsam. Das geht nämlich ganz schnell. Ich gehe da unten auf das Plus-Symbol. Also ich habe hier meine Server so ein bisschen sortiert. Das sind zum Beispiel die aus WoW, wo ich mal irgendwelchen fremden Servern zu Besuch war, die ich fast nie brauche. Aber um immer mal reinzugucken, was die anderen so machen, kann man die mal behalten. Hier haben wir zum Beispiel ExpertInnen von anderen Jugendeinrichtungen. Die machen zum Beispiel pädagogische Programme mit Computerspielen. Und da habe ich auch die Server drin. Da kann ich mir das immer mal anschauen. Und wenn die mal spielen, dann steht da zum Beispiel, bei dem jetzt nicht, aber bei diesem, das ist einer der besten Server, den ich hier gesehen habe. Die sind sehr schön organisiert von den Waldrittern. Das ist so eine Organisation, die Rollenspiele in der politischen Bildung einsetzt. Und da gibt es zum Beispiel die Spielrundensuche. Und da schreiben immer wieder, hey, nächsten Freitag spielen wir, ihr wollt hier mitmachen. Ich mache das wieder zu. Wir wollen jetzt unseren eigenen Server erstellen. Dann gehe ich da unten auf Server hinzufügen. So, ihr könnt ja schon mal aussuchen, was das sein soll. Da habt ihr schon Vorlagen. Wir wollen aber unseren eigenen Server erstellen. So, der soll jetzt nicht Server von Schuhu heißen, sondern niedliche Tiere. Ich kann auch noch ein Foto anfügen. Bräuchte ich jetzt irgendwie ein Foto von niedlichen Tieren? Habe ich sowas? Hätte ich vielleicht mal, ah, guck mal, da ist doch ein niedliches Tier. So, das ist jetzt unser Serverbild. Und den erstelle ich jetzt. So, jetzt gibt es diesen Server niedliche Tiere. Und schon ist er da. Und jetzt könnte ich Freunde einladen. Oder hier gibt es halt so ein paar Tipps, die man machen kann. Mit dem Icon personalisiert. Also das Bild eingebietet habe ich schon. Und jetzt habe ich hier den Kanal allgemein und allgemein Sprachkanal. Das ist jetzt erstmal der Grundaufbau dieses Servers. Bis jetzt bin ich die Einzige, die weiß, dass es den gibt. Ja gut, ihr wisst jetzt auch, dass es den gibt. Aber es kann sozusagen von euch noch niemand rein, weil ihr keinen Schlüssel bekommen habt. Ich gebe euch jetzt einen Schlüssel. Ich würde euch bitten, erst im Anschluss, wir haben jetzt noch zwölf Minuten, dass wir noch Fragen klären können. Und im Anschluss könnt ihr dann gerne alle auf den Link klicken und auf den Server kommen. Und dann können wir dort noch Fragen klären. Und ich zeige euch eben, wie man sozusagen einen Schlüssel erstellt. Und zwar klicke ich hier oben auf diesen Pfeil von unserem Server niedliche Tiere. Und dann möchte ich Leute einladen. Und dann erscheint das hier. Dann sehe ich sowohl meine Freunde, die ich einladen könnte, als auch da unten schicke einen Server Einladungslink an einen Freund. Und dann steht da unten, dieser Link läuft nach einem Tag ab. Ist für uns jetzt irrelevant, weil ihr wahrscheinlich dann morgen da eh nicht drauf klickt. Ich mache das aber jetzt trotzdem so, dass für immer ihr auf diesen Server kommen könnt. Und zwar gehe ich da dafür auf, Einladungslink bearbeiten. Und jetzt würde ich sagen, läuft ab nach nie. Ich will, dass der nie abläuft. Und die maximale Anzahl von Verwendungen kein Limit. Das heißt, dieser Link ist für immer gültig und man kommt für immer auf diesen Server, außer ich ändere das später. So, dann sage ich neuen Link generieren. Und jetzt ist das der neue Link. Und dann klicke ich einfach nur auf Kopieren. Und jetzt ist der in meiner Zwischenablage. Jetzt muss ich noch gucken, wie ich auf den Chat komme im Zoom. Ja, mache ich gleich einfach im Anschluss, damit ich das dann finde. Ah, da ist Teilnehmer. Kommentar. Ich bin jetzt auch keine Zoom-Spezialistin, weil ich das praktisch nie nutze. Ja, schauen wir gleich, wie wir das finden. Mehr. Nein, das will ich auch alles nicht. Ja, machen wir einfach später. Genau, das wäre jetzt der Link. Den schicke ich euch dann gleich. Und der ist jetzt erstellt. Das ist der Schlüssel. Den kann ich euch dann zukommen lassen. Und dann kommt ihr auf den Server. Dann erscheint ihr alle hier unten drunter. Ja. Und das ist eben die Startansicht. Wenn ich auf einen Server gehe, dann kann ich zum Beispiel rechts immer sehen, wer eben auf diesem Server ist. Also wer hat noch einen Schlüssel zu diesem Raum? Das sind alle Leute, die rechts sind. In der Mitte seht ihr den Inhalt des Channels, den ihr links ausgewählt habt. Welcome ist zum Beispiel der Channel. Da kommen alle neun Leute, kommen erstmal in den Welcome-Channel. Und da steht dann, wer alles den Server betreten hat. Und da steht was zu Events. Und dann seht ihr immer, wenn ihr links draufklickt, in der Mitte dann das, was ihr seht. Ein bisschen Unterschied ist, wenn ihr jetzt mit Leuten in einem Sprach-Channel seid und zum Beispiel das Video teilt. Ich gehe jetzt mal in irgendeinen Channel. Und da bin ich jetzt drin mit Ton. Man sieht wieder, man würde mich hören, wenn jemand anders da wäre. Und da könnte ich jetzt mein Video einschalten, was wieder nicht geht, weil ich ja die Kamera schon im Zoom benutze. Aber theoretisch würde das dann genauso aussehen wie im Zoom. Und da kann ich mit Leuten reden. So, wollen wir wieder nicht. Tschüss. Genau, dann würde ich jetzt schon fragen, hat jemand Fragen? So, meine Lieben, einfach die Fragen rein in den Chat. Ich lese sie vor. Ansonsten, glaube ich, gibt es ganz viele Fragen. Also, wenn man das jetzt durchgeht, denkt man immer, wie funktioniert das und hin und her. Also, wenn ihr Fragen habt, rein in den Chat damit. Ich überfrage ansonsten, Valerie, warum ist das das digitale Jugendzentrum? Ja, das würde ich so beschreiben, dass es wirklich so ist, dass die junge Zielgruppe, also die, die auch in Jugendzentren ist, also aus meiner Erfahrung und meinem subjektiven Eindruck, sind viele davon auch Gamerinnen und Gamer. Natürlich nicht alle, also gerade Jungs, weil das natürlich so eine Faszination hat. Und außerdem ist man dann cool, man spielt Fortnite, man spielt Among Us, Apex Legends und was weiß ich. Das heißt, es ist so ein Teil dazu zu gehören und wenn es auch nur Mobile Games sind, also ich sehe, immer wenn ich zum Saturn gehe, sind da kleine Jungs, die irgendwie in der Gaming-Abteilung sitzen und auf ihren, und diese Racing-Stühle nutzen, um mit mir im Handy Rennspiele zu spielen. Also, es ist so ein Teil dazu zu gehören und die nutzen auch Discord, um dazu zu gehören und fast alle Jugendlichen, die Spiele spielen, sind auf Discord. Und deswegen ist es sozusagen die parallele digitale Welt zum Jugendzentrum vor Ort. Mein Kollege hat darüber eine Dissertation geschrieben, so über Räume von Jugendlichen und es ist einfach so, auch für mich, meine Eltern denken zwar, ich bin zu Hause, aber eigentlich spiele ich gerade mit meinen Freunden und bin mit denen in der anderen Welt so und bin mit denen vernetzt. Und es hat sich eben so ein bisschen verlagert vom Jugendzentrum vor Ort auch oder irgendwo an den See gehen und irgendwie was trinken oder Spiele spielen oder was ins Online, ins früher TS und jetzt ins Discord. Und das heißt, die Jugendlichen sind auch im Discord zwar zu Hause, aber miteinander vernetzt, was sie früher im Jugendzentrum waren. Und jetzt aktuell wahrscheinlich auch sehr viel parallel vor Corona jetzt. Das heißt, sie vernetzen sich sowohl vor Ort, wenn sie da eher zu neigen, oder eben online, wenn sie sowieso viel Online-Spiele spielen. Das heißt, das ist eben auch der Ort, wo man sie abholen kann im Discord. Und es kommt bei Kids extrem cool an, wenn man sich damit auskennt und dabei sein kann. Das ist ein großer Pluspunkt. Danke. Der Chat explodiert gerade von Fragen. Und zwar, ich fange einmal an mit der ersten Frage. Vor allem bezüglich Bots, was ist da sinnvoll für Automoderation? Wir machen uns halt Gedanken, dass pornografische Inhalte zu Zeiten herumgeschickt werden, wo wir nicht aktiv sind. Hast du eine Empfehlung für Automoderation? Habe ich leider nicht. Da hatte ich überlegt, mich mit zu beschäftigen. Aber ich habe ExpertInnen gefragt dazu und die sagen, ab einer Größe von tausend Menschen auf dem Server ist es auch erst sinnvoll, weil dann so etwas passiert. Und es kommt auch darauf an, wo ihr den Link shared. Also wenn das eine Seite ist, wie bei uns bei ludovico.at, die halt von Hacking-Angriffen eher unburiert ist, weil bei uns ist ja auch nichts zu erpressen, zu holen und so weiter. Das heißt, auch dort sind Bot-Angriffe eher seltener. Und das heißt auch, dass Spam-Angriffe seltener sind. Wenn ihr soweit seid, dass ihr über tausend kommt, dann könnt ihr euch damit beschäftigen. Ich habe da leider jetzt auch nicht so die Ahnung. Ich könnte euch im Nachhinein gerne noch Menschen weiterleiten, die sich da besser mit auskennen. Aber ansonsten hilft dort eine Recherche mit den richtigen Wörtern auf Google auch schon weiter. Da hatte ich jetzt auch schon ein paar Sachen gefunden. Also wirklich Bots, Community-Management, Spamware oder so ein bisschen mal durchschauen, ausprobieren. Das ist hilfreich. Ja, ansonsten gibt es noch Fragen. Und zwar, die Isabella zum Beispiel fragt, kann man ohne Link einen Server finden? Nein, das geht nicht. Das ist halt ausgeschlossen. Das ist der Vorteil auch von Discord für, sagen wir mal, Gruppen, die Discord auch nicht so gerne hat. Also gerade rechtsextremistische Gruppen oder um Pornografie auszutauschen, waren am Anfang sehr stark auf Discord, weil niemand reinkommt ohne den Link. Es ist halt ausgeschlossen, dass jemand reinkommt ohne Link. Deswegen ist es halt ein Raum, in dem man nur selber ist und gegebenenfalls der Admin von Discord, der dann den Server löscht, wenn man Kinderpornos teilt. Aber es ist halt von außen nicht einsehbar. Okay. Es sind so viele Fragen. Ich probiere sie jetzt von oben nach unten weiterzufragen. Ich komme leider nicht irgendwie in den Chat. Ich weiß auch nicht, wieso. Macht nichts. Ich lese sie einfach weiter. Wo waren wir? Wie geht es mit den Extraräumen und den Berechtigungen? Das wirst du wahrscheinlich dann nachher noch uns zeigen, oder? Kann ich gerne nachher in ganz Ruhe zeigen, ja. Dann, welche Bots spezifisch habt ihr in Verwendung? Das ist schon wieder eine ganz eine Frage, die es wahrscheinlich intus hat, oder? Müsst du es nachher beantworten, oder? Ich kann das ganz schnell zusammenfassen. Wir haben nämlich gar nicht so viele Bots spezifisch in der Jugendarbeit in Verwendung. Es sind alles Spaßbots. Also ihr seht hier den Pokébot. Da kann ich im hohes Gras P.Pokémon. Und jetzt habe ich einen Pokémon gefangen. Das ist der eine Bot, den wir genutzt haben. Dann haben wir den Roleplay-Bot. Damit kann man dann würfeln. Das heißt, da kann man dann bestimmte Sachen einfach als würfeln. Dann ergibt er ein Würfelergebnis, auch sehr komplexe Sachen. Und eben, wir hatten den Festival-Tycoon-Bot. Der hat für den Festival-Tycoon-Rollen automatisch bestimmt. Den hat aber der Johannes, der das gemacht hat, selber programmiert. Und ansonsten nutzen wir eigentlich hauptsächlich Musikbots. Das heißt, der ist jetzt leider auch schon wieder runter, der Bot. Aber in der Jukebox konnte man eben mit dem Rhythm-Bot einfach Musik abspielen. Wir nutzen aber in unserer Jugendarbeit, wenn man das so sagen möchte, keine besonderen Community-Management-Bots. Dann gibt es noch eine Frage bezüglich jetzt zum Beispiel dem Server niedliche Tiere. Kann ich denn auch ohne Link betreten? Beziehungsweise gibt es eine Suchfunktion, wo ich reintippe Jutsen, und dann kommen alle Jutsen von ganz Internet. Man kann den Server nur mit dem Key betreten. Ihr braucht den Link von einem Freund oder aus dem Internet. Sonst kommt ihr nicht rein. Alles klar. Dann, es geht leider nicht so. Also hier zum Beispiel findet ihr dann, wo ist denn das jetzt, Entschuldigung, unseren Spielemonat. Und da kommt ihr da praktisch auf den Discord-Server, weil irgendwo hier ein Link steht. Aber man kommt sonst nicht rein. Eine Frage gibt es. Julia fragt, kann ich Discord auch nutzen, um dort direkt Online-Spiele zu spielen, oder dient Discord nur als reines Kommunikationsmittel? Das gab es früher. Das gibt es nicht mehr in der Form. Discord ist eine reine Kommunikationsplattform. Die Spiele muss man an einem Browser nutzen, und Discord ist im Hintergrund. Also bei fast allen Gamerinnen und Gamern ist Discord die ganze Zeit im Hintergrund offen, ob sie jetzt darüber sprechen oder nicht. Das heißt, sie können eben auch die ganze Zeit Nachrichten lesen, wenn sie das, da wieder zurück draufklicken. Genau. Aber man kann nicht da direkt drin Spiele spielen. Das gab es früher. Das haben sie abgeschafft, weil es sich nicht gewohnt hat. Hier zum Beispiel klicke ich drauf, und das ist jetzt der Link, und ich komme automatisch auf den Discord-Server. Und weil ich die App ja habe, würde der jetzt automatisch sagen, okay, ich leite dich direkt weiter auf den Server. Genau. Valerie, was hat das mit dem vierstelligen Tag-ID auf sich? Für was brauche ich denn? Da könnt ihr mich als Freund hinzufügen. Wenn ich jetzt jemanden hinzufügen möchte als Freund, dann ist hier oben, ich gehe auf den Home-Button und sage Freund hinzufügen. Und jetzt bräuchte ich, da steht ja auch schon, gib einen Benutzernamen und dann Hashtag und dann die vierstellige Zahl ein. Also ohne Hashtag und die ID geht es gar nicht, dass ich einen Freund hinzufüge. Doch, das geht. Doch. Wenn ich zum Beispiel, ich nehme jetzt wieder meinen Server von meiner Gilde, da habe ich bestimmt auch Leute, die bin ich nicht mit befreundet. Zum Beispiel ihn hier. Und da könnte ich den als Freund hinzufügen mit Rechtsklick. Da einen Freund hinzufügen. Das geht auch. Das heißt, wenn ich jetzt, ich suche gleich bestimmt mal den Logo-Server, da könnte ich da drauf gehen und dann sehe ich, wer alles da drauf ist und dann sehe ich vielleicht die Dagmar und sage, ich möchte mit der Dagmar befreundet sein. Ja. Und dann mache ich Rechtsklick, Freund hinzufügen. Das geht auch. Aber wenn ihr wirklich irgendwie mit eurer Brieffreundin aus Südamerika, die ihr auf einmal bei Facebook wiedergefunden habt, vielleicht mal quatschen wollt, dann fragt ihr die bei Facebook einfach, wie ist denn dein Discord-Tag und dann kannst du das eingeben, weil vielleicht ist sie jetzt nicht auf dem Server, auf dem ihr auch seid und dann könnt ihr euch gegenseitig finden. Das heißt Tag plus Name brauche ich oder nur Tag. Reicht. Nein. Nein? Ihr müsst den Namen eingeben. In meinem Fall ist das. Also ich kann auch da draufklicken, um es zu kopieren. Also einmal klicken, dann ist es kopiert und jetzt kann ich zum Beispiel das da reingeben. Okay. Also ihr müsst bei Discord einfach nur auf euren Tag klicken und dann kommt es in die Zwischenablage und dann könnt ihr es einfach mit Steuerung V oder einfügen. dann wird das euer Discord-Tag eingefügt. Ich bin natürlich davon geflasht, dass ich den Chat nicht finde, weil so muss es ein Brief beziehen. Das macht nichts. Es gibt nur eine Frage und zwar, ob es du noch einmal zeigen könntest, wie man den Link verschickt. Ja, das kann ich noch einmal zeigen. Ich möchte euch jetzt ja den Link verschicken zu niedliche Tiere. Da gehe ich oben neben dem Namen vom Server auf den Haken und sage Leute einladen. Das ist auch immer die Funktion, die ihr am meisten nutzt, ist immer blau. Dann seht ihr immer direkt das, was am häufigsten genutzt wird. Und dann möchte ich euch einladen. In dem Fall habe ich ja schon mal den unsterblich langen Link sozusagen erstellt. Das hat er sich gemerkt. Und sterblich, dieser Link läuft niemals ab. Und dann klicke ich einfach hier auf Kopieren. Ihr könntet auch einfach das markieren und STRG C drücken, aber ihr könnt auch einfach auf Kopieren. Dann kopiert ihr das in die Zwischenablage. Und jetzt könnte ich das einfügen. Und das würde ich gerne in den Zoom... Vielleicht kann ich dir da helfen. Probier mal. Du hast ja unten in der Mitte Bildschirm freigeben gehabt, oder? Links davon ist Chat. Siehst du das? Das ist oben bei mir. Das ist unten eigentlich bei mir. Aber keine Ahnung. Ich würde einfach mal kurz meinen Bildschirm stoppend freigeben. Ja, so schaffen wir es ab. So, jetzt sehe ich auch den Chat. Super. So, das hier ist der Discord-Server. Und ich schicke euch jetzt auch noch die Präsentation. Valeria, hast du das schon gesendet, oder? Doch, eigentlich schon. Also ich habe jetzt den Discord-Link in den Chat gesendet. Ah, ich habe das an Kevin gesendet. Entschuldigung. Warum? An alle einfach. An alle. Genau. Wir wollen auch mitspielen, ne? Nicht nur der Kevin. Alle, nee, im Warteraum. Gott, Entschuldigung. Ich bin wirklich kein Zoom. Ihr seht, das ist wirklich... Das ist kein Problem. Wir schaffen das. Jeder im Meeting. Das will ich. Ja, bitte. Jetzt? Ja. Hast du was gekommen sein? Wir haben es. Wir haben deinen Link bekommen. Sonst hat nur der Kevin gerade den Link. Das ist ja doof. So, und da ist noch der Discord-Link dazu. Also ich nutze halt irgendwie so Discord seit der ersten Stunde und Zoom seit Corona und es ist wirklich... Du hast einen Link geschickt. Das ist jetzt der Discord-Link. Ja, die sind untereinander eigentlich. Habt Docs Google-Präsentation an alle? Nope. Bist du nicht alle? Kann das sein? Ich bin alle. Doch, da gehst du. Echt? Der erste Link ist der Docs Google und dann... Alles klar, dann bin ich nicht alle. Ja, okay. So, Valerie, jetzt treffen wir uns dann in Discord, oder wie schaut es aus? Ja, wenn ich... Also ich habe noch Zeit. Ihr könnt auch gerne noch kurz hier im Zoom Fragen stellen, damit alles klarer wird. Und dann testen wir gleich gerne alles, was ihr möchtet im Discord. Ich sehe schon ganz viele Menschen auf den Server hüpfen. Ich sehe leider jetzt gerade gar nichts, weil bei mir alles ein bisschen hängt. Aber egal. Ich hoffe, ihr seht jetzt noch alles. Ich muss später dazukommen einfach. Ich glaube, ich muss dann die Aufnahme einfach beenden. Dann ist es leichter. Habt ihr noch Fragen, die wir jetzt in Zoom beantworten sollen, können, dürfen? Dann wäre es jetzt der Zeitpunkt, dass ihr einfach noch die Frage stellt. Genau. Ihr habt ja auch alle meinen Discord-Tag gesehen. Ich kann ihn auch gerne nochmal hier in den Chat kopieren. Über den erreicht ihr mich auch. Und ich schreibe euch auch nochmal meine E-Mail-Adresse. Über die erreicht ihr mich auch gerne für Fragen. Dankeschön. Dankeschön. いきます. Vielen Dank.